Deutschland braucht frische und neue Ideen und diese liefert die Junge Union. Deshalb ist es Zeit für junge Köpfe. Bei der Zeit für junge Köpfe Tour geht es für mich vom Westen in den Osten, vom Norden in den Süden, um unsere jungen Kandidaten von CDU und CSU vor Ort in ihrem Wahlkampf zu unterstützen. Wir motivieren die Wahlkämpfer vor Ort. Wir stimmen uns ein auf die Bundestagswahl. Wir bringen unsere Themen voran. Wir machen Deutschland zum Aufstiegsland. Mit einer besseren Bildung. Mit neuen Innovationen. Steuerlichen Entlastung und einem klaren Fokus auf die lebenswerte Umwelt, die wir erhalten wollen, mit unserem Bekenntnis zu Deutschland und Europa. Unsere Zeit für junge Köpfe Tour hat gezeigt. Wir sind bereit für die Bundestagswahl. Wir haben hochmotivierte, junge Kandidaten mit tollen Teams vor Ort. Wir sind bereit, die Themen der jungen Generation in den Deutschen Bundestag zu tragen und unsere Interessen stark zu vertreten. Ob selbstfahrende Autos, Wasserstoffbusse oder die Ausbildungswelt der Zukunft. Es gibt viel anzupacken in Deutschland. Und wir sind bereit. Denn jetzt starten wir durch. Mit unseren Kandidaten vor Ort und mit Armin Laschet. Gemeinsam bringen wir ihn ins Kanzleramt und bleiben als CDU und CSU die stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag. Auf geht's. Wir machen Deutschland zum Aufstiegsland.